Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu unserer PyTorch Tutorial Reihe. Heute geht es weiter und zwar wollen wir heute die Optimierungsfunktion bauen. Das heißt, da wo das Model auch wirklich was lernt. So, erster Schritt ist natürlich, wir wollen was lernen und ja, dazu brauchen wir eine Funktion. Das heißt, wir schreiben uns hier diesmal keine Train-Funktion, die werden wir noch... Wobei, warum eigentlich nicht? Wir nennen das ganze Ding wieder Train und dann sind wir bei gewohnten Namen und jetzt können wir hier... Oder jetzt müssen wir erstmal folgendes machen. Wir haben eine gewisse Batch-Size und die gewisse Batch-Size, die ist natürlich auch eine Konstante und da sagen wir jetzt hier erstmal Batch-Size ist gleich. So, ich würde jetzt hier einfach mal 128 definieren, ihr könnt ja aber nehmen, was ihr wollt, das wisst ihr ja mittlerweile. Okay, jetzt folgende Situation. Wir wollen trainieren auf dem, was wir uns gemerkt haben. Wir lassen unser Spiel sozusagen ein bisschen spielen und dann trainieren wir. Das heißt, wenn es eigentlich schon mal gespielt hat, dann trainieren wir das Ganze, denn es kann erst lernen, wenn es auch wirklich erst schon mal verloren hat oder gewonnen hat oder eben, ja, entweder verloren oder gewonnen oder immer noch am Spielen ist. Das heißt, es erfährt sozusagen, wie gut ist es erst im Nachhinein. Das heißt, wenn wir eigentlich schon eine ganz schöne Weile gewartet haben. Und jetzt müssen wir hier natürlich diese ganzen gewissen Warteschritte in unserem Memory so ein bisschen zwischenspeichern. Und genau das ist der Sinn von diesem Memory hier, damit wir was zwischenspeichern können. So, das heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn wir jetzt hier nicht lang genug warten, das heißt, wenn die Größe von unserem Mem hier kleiner ist als die Batch Size, die wir uns hier gerade definiert haben, also als 128 in unserem Fall, dann können wir hier eigentlich nichts trainieren. Es geht einfach schlichtweg nicht. Wir müssen noch länger spielen. So, das heißt, wir müssen jetzt erst mal länger spielen. Okay, wunderbar. Jetzt nächster Schritt. Wir brauchen natürlich diese zufälligen Samples hier und die bekommen wir aus unserem Memory. Ihr erinnert euch hoffentlich noch an unsere Memory-Klasse hier. Wir hatten hier eine Sample-Funktion, die uns einfach ein paar zufällige Beispiele aus unserem Memory rausgibt, also quasi, wenn wir unser Memory, sagen wir jetzt mal, voll haben, also sprich 16.384 Stück drin sind, und unsere Batch Size ist natürlich 128, dann liefert uns das 128 zufällige Elemente aus unserem Memory und auf den wollen wir jetzt trainieren. Okay, wie machen wir das? Jetzt müssen wir erstmal natürlich den Batch konstruieren. Und das ist gar nicht mal so einfach dieses Mal. Wir sagen jetzt hier, ähm, ja, wir nennen es x ist gleich. Und jetzt brauchen wir natürlich dieses Sample. Okay, Memory, oder Mem, besser gesagt, Punkt Sample. So, und Batch Size dürfte klar sein, ist Batch Size. Okay, nächster Schritt. Jetzt, wenn wir dieses Ding hier bekommen, dann haben wir eigentlich mehrere, ähm, naja, mehrere Zustände in einer Liste, logischerweise. Also mehrere, mehrere Übergänge, besser gesagt, in einer Liste. Wo haben wir es denn? Hier. Wir hatten das so definiert, ein Element in dieser Liste ist hier ein Zustand, dann die Aktion, dann der nächste Zustand und den Reward, den wir bekommen haben. Okay, jetzt, wie kriegen wir das Ganze in ein Format, damit wir darauf auch lernen können? Und dieses Format wäre nicht, ähm, ich mache mal kurz hier hin, was wir haben. Zustand, Aktion, nächster Zustand, Reward. Das ist sozusagen das, wie das Ganze aussieht. Hierrum hat sich eine Liste gebaut. Wir wollen das Ganze aber so haben hier. Wir wollen eine Liste aus. Ähm, und jetzt wird es ein bisschen interessanter, wobei eigentlich wollen wir nicht mal eine Liste draus haben, wir wollen eigentlich ein Tupel draus haben. Und zwar ein Tupel aus allen Zuständen, also S1, S2 und so weiter und so fort. Dann ein Tupel in diesem Tupel drin, wieder mal aus allen Aktionen, also A1, A2 und so weiter und so fort, bis eben zur Batch-Size hin. Ein Tupel aus allen nächsten Zuständen, also N1, N2 und so weiter. Und wiederum ein Tupel aus den Rewards, also R1, R2 und so weiter. Das ist der Sinn, den wir jetzt, oder das ist das Format, in dem wir unsere Daten ganz gerne hätten. Und das machen wir jetzt hier, indem wir uns ein Batch definieren, ist gleich so. Und wie machen wir das Ganze jetzt? Wir bauen uns ein Tupel aus folgendem, äh, folgendem hier. Und zwar wollen wir jetzt das Ganze hier zippen. Und zwar, was wollen wir zippen? Naja, wir wollen die Liste aus X zippen. Ähm, dazu müssen wir hier allerdings diesen Stern angeben, der uns sozusagen unser Tupel hier auspackt. Das heißt, aus S, A, N, R und das als Liste, wird eben jeweils die Tupel sozusagen einzeln da reingesteckt. Das heißt, wir stecken hier jeden einzelnen Inhalt, den wir hier in X drin haben, sozusagen separat hier rein als Tupel. Und dann zippen wir das Ganze und bekommen hier wieder dieses Format hier raus. Bauen daraus wieder ein Tupel und dann haben wir das, was wir gerne hätten. Okay, das war jetzt etwas komplex, aber ich hoffe, ihr seid soweit mitgekommen. So, nächster Schritt. Jetzt haben wir natürlich folgende Situation. Wir wollen eigentlich ungern auf Endzuständen trainieren, denn Endzustände sind immer so endgültig. Ähm, und deswegen wollen wir jetzt hier zunächst einmal vorerst eine, ähm, ja, eine List, oder besser gesagt, einen Tensor aus nicht fertigen Zuständen bauen. Weil Fertig ist einfach nur None und das wäre irgendwie nicht gerade, naja, interessant für uns. Denn wenn wir schon fertig sind, also sagen wir mal, wir haben gelernt, okay, wenn das Ding umgeflogen ist, dann ist es umgeflogen und wir haben verloren. Ja, GG. Was haben wir dann gewonnen? Das, da drauf zu lernen, wäre einfach sinnlos. Das würde einfach bedeuten, das Ding darf nicht umfallen und das weiß es ja schon. Ähm, das heißt, was wir jetzt hier machen wollen, ist, wir wollen Non-Final und wollen das sozusagen hier haben. Das heißt, ähm, nicht finale Zustände hier erstmal benutzen und, äh, Byte-Tensor machen wir hier draus. Äh, hab ich da? Ah ja, perfekt. Okay. Ähm, und ja, wie machen wir das Ganze jetzt? So, jetzt wird es wieder ein bisschen komplizierter. Das Ganze muss natürlich wieder mal als Tupel hierher halten. Deswegen machen wir das Ganze, wenn wir fertig sind, als Tupel. Und jetzt benutzen wir die Map-Funktion. Und zwar wollen wir jeden Zustand, ähm, wir wollen hier jeden Zustand haben, also Lambda S. Für den gilt, S ist nicht fertig. Also S ist not none. So haben wir den, quasi den Endzustand definiert. Und zwar, naja, in was wollen wir diese Zustände drin haben? Oder von wo wollen wir diese Zustände haben? Naja, wir wollen Batch. NextState überprüfen, beziehungsweise der NextState, was ist NextState hier? Naja, von 3. Nein, halt, stopp. Gelogen, von 2. Wir hatten das Ganze ja so definiert, hier ist, ähm, State Action NextState Reward, also 0, 1, 2 und 3. Das heißt, NextState ist 2. Und ja, wir wollen sozusagen alle NextStates überprüfen, ob die auch wirklich keine Endzustände sind. Das werden wir nachher noch brauchen. Jetzt machen wir das Ganze quasi, fast nochmal identisch nach. Und zwar sagen wir jetzt hier, ähm, ähm, non-final, ups, NextState NextState Okay, ähm, werden wir alles nachher noch brauchen, werde ich euch dann erklären. Gerade mal schreiben wir das jetzt einfach nur. Und zwar, wir wollen dieses Mal eine Variable bauen, ähm, aus konkatenierten, ja, was eigentlich? Naja, eigentlich wieder bloß eine Liste, S4S in, äh, Batch von, ups, Batch von 2. Falls aber der Zustand, das ist jetzt der Unterschied hier, äh, beziehungsweise gar kein Unterschied eigentlich, äh, if, also wenn der Zustand auch nicht none ist. Okay, das ist jetzt das Ganze hier als Variable, das obere als Byte-Tensor sozusagen. Ähm, jetzt, was machen wir als nächstes? Okay, wir basteln uns jetzt eine Variable, äh, ja, doch eine Variable, also eine Torch-Variable, nicht eine normale Variable. Und zwar für den State erstmal. Das heißt, ups, wir haben hier eine Variable. Was wollen wir damit machen? Naja, wir wollen konkatenieren und zwar, ähm, Batch von, also der State, also erstmal 0. Dann brauchen wir das Ganze im Endeffekt nochmal. Ich kopiere das jetzt hier einfach. Wir brauchen im Endeffekt dreimal. Ähm, wir brauchen das Ganze einmal für die Action, ups, Action und für den Reward. So, und klar, Action ist 1 und Reward ist 3. und 2 ist hier, ähm, unser, ähm, unser Next State und der, den haben wir quasi gerade rausgefiltert. Okay, sehr gut. Jetzt, wie können wir weitermachen? Ähm, jetzt können wir nämlich hier einfach hergehen und unser Model laufen lassen und das ist ziemlich cool, weil jetzt können wir hier eine neue Funktion, achso, äh, neue Funktion laufen lassen, ähm, ich nenn's einfach mal, ja, ich nenn's Actions, das passt schon. Und wir nehmen jetzt hier unser Model und was füttern wir? Naja, wir wollen natürlich die Zustände einfüttern. Wir wissen ja hier, äh, unser Model erwartet hier die Zustände, das wissen wir hier durch eben diese Convolutions, also unsere Zustände sind quasi die Bilder, die wir bekommen und die wollen wir jetzt hier reingeben. Das heißt, wir sagen hier, die States kommen da rein, dann ziehen wir uns aber über Gather nur den ersten, also nur die erste Dimension sozusagen raus und das, ähm, ja, das sind jetzt natürlich mehrere Spalten, also das heißt, wir haben jetzt hier nicht nur eine Action oder sowas, sondern wir haben sehr, sehr viele Actions. Jetzt wollen wir aber natürlich beim Training nur die Actions auch wirklich auswählen, die, die wir trainieren können. Also wir können ja schlecht sagen, hey, ich trainiere jetzt auf einer Action, die ich eigentlich gar nicht genommen habe. Deswegen wählen wir jetzt hier die Actions aus, die wir auch zur Verfügung haben. Das heißt, das, was das Model ausspuckt und wir hier sozusagen schon mal getan haben, auf dem können wir trainieren und unser Model sagt uns dann, äh, das ist der Q-Wert, also der Wert sozusagen, ich nenne das hier jetzt doch mal um und zwar auf Action Value. Das heißt, wie wertvoll ist eine Aktion und wir wissen aber natürlich durch dieses Reward-Dingens hier, wie wertvoll die Aktion tatsächlich war und das heißt, wir können unser Model jetzt trainieren, wenn wir eben diese Actions nehmen, aber dazu dürfen wir halt eben wirklich nur diese Actions auch nehmen, die wir hier schon in unserem Batch ausgeführt haben, denn auf den anderen Actions können wir ja nichts lernen. Okay, das ist jetzt der nächste Schritt. Das heißt, wir wählen jetzt hier die, äh, die erste Dimension aus und natürlich nur die Actions, die auch wirklich mal gewählt wurden, auf denen können wir jetzt den Reward oder auf denen haben wir den Reward und die Voraussage, was eigentlich der Reward laut Model sein könnte und das können wir jetzt natürlich trainieren. Das heißt, wir wollen jetzt sozusagen den Reward hier, ähm, trainieren. Okay, das heißt, Gather ziemlich coole Sache hier, indem man einfach sozusagen nur die Actions auswählt, die man auch wirklich braucht. Gut, jetzt nächster Schritt. Wir brauchen natürlich hier, also das waren jetzt quasi die Q-Werte, ähm, jetzt wollen wir natürlich die tatsächlichen V-Werte berechnen. Also ich hoffe, ihr guckt quasi parallel schon halt dieses, äh, Reinforcement Learning Video, was ich auch schon gemacht habe, ähm, ja, das ist hierfür wirklich sehr, sehr wichtig. Jetzt berechnen wir die V-Werte. Das bedeutet, wir brauchen hier, ähm, den Wert von unserem nächsten Zustand, also next, äh, value, ist gleich, ups, ist gleich, variable, von, ähm, Torch, Punkt, so, jetzt initialisieren wir das Ganze einfach mal mit Zeros hier, damit wir das auch wirklich schön benutzen können. naja, wie groß muss denn das Ding sein? Logischerweise Batch Size, damit wir hier irgendwas noch damit machen können, damit wir nicht irgendwelche komischen Typ-Error bekommen, dann hier wieder ein Float-Tensor draus machen. So, und jetzt wird natürlich das hier oben interessant, die nämlich, äh, also die finalen Zustände enthalten quasi direkt den Reward. Wir können sagen, ein finaler Zustand bekommt einfach fest einen Reward und wir können die nicht finalen Zustände, ähm, ja, genau, die können wir predikten sozusagen. Das heißt, was wir jetzt hier machen ist, wir wollen natürlich den nächsten Zustand, also next, value, von, und jetzt ist hier unsere non-final hier oben, diese Tabelle oder diese, ja, dieser Tensor ist sozusagen jetzt wichtig für uns, weil wir die predikten wollen. Das heißt, wir schreiben jetzt hier unsere non-finals rein, ähm, und hier rein können wir jetzt unsere Prediction, ups, über unser Model reinschreiben, Model von, ähm, ja, von genau diesen Zuständen hier. Hier haben wir die ja quasi als Variable, das heißt, wir können hier einfach non-final next reinschreiben und, ja, jetzt brauchen wir natürlich wieder mal nicht alles, sondern nur, ähm, genau das hier. Perfekt. Okay, so, jetzt ist natürlich, wenn wir hier einen Zustand durch unser Netz durchjagen, ist er erstmal volatile, das bedeutet, er kann verändert werden und das ist für uns ab, also, hier oben völlig in Ordnung und auch absolut, absolut perfekt eigentlich, aber wir brauchen natürlich hier unten, äh, dieses volatile nicht mehr, das heißt, wir wollen hier unsere next values nicht mehr volatile haben, oh, da wird es mir sogar mal angezeigt, wer hätte das gedacht, Punkt, äh, Punkt volatile gleich false, das heißt, die sind jetzt hier fix und dadurch können wir jetzt mit den weiterarbeiten. So, jetzt, ähm, wie bekommen wir jetzt natürlich den tatsächlichen Wert? naja, wir wollen jetzt hier sozusagen erstmal berechnen, ähm, was wir eigentlich hier als Target haben, das heißt, unser Target hier ist natürlich unsere Rewards hier oben, wir müssen es allerdings für den nächsten Zustand machen, das heißt, wir haben den Reward für den aktuellen Zustand, wir brauchen aber den Reward für den nächsten Zustand und den bekommen wir, wenn ihr euch an die Formel erinnert, immer in einem Gamma, das heißt, wir brauchen hier ein, ähm, ein Gamma noch rein, ähm, das definieren wir uns hier oben drüber und hier muss natürlich für Gamma immer kleiner als 1, aber auch größer als 0 gelten, sonst, sonst lernt das Ding eigentlich überhaupt nichts, das heißt, wir definieren uns jetzt einfach mal unser Gamma, äh, ja, Gamme, Gamma auf 0,99, das ist eigentlich so recht häufig, glaube ich, also, ich weiß nicht, ich habe ein paar Mal jetzt schon 0,99 gesehen, von dem her gehe ich einfach mal aus, dass der Wert recht gut sein sollte, ihr könnt aber auch mal mit 0,9 probieren, was es dann lernt, das wird sozusagen immer weniger, ähm, also sagen wir mal, euer Spiel geht jetzt relativ lange, dann solltet ihr ein höheres Gamma wählen, immer noch kleiner als 1 trotzdem, also 0,99999 zum Beispiel, und wenn euer Spiel eher kurz geht, dann könnt ihr auch kleinere Gammas verwenden, also es ist quasi, wie relevant ist ein Gewinn, je nachdem, ähm, was für vorige oder wie viele vorige Zustände ich habe, okay, naja, jetzt, ähm, berechnen wir unser Target hier sozusagen, also Target, äh, Action, ups, Action Value, ist, ist gleich, ich mach mal diesen Smiley aus Versehen, ähm, so, jetzt, Next Value natürlich, aber multipliziert mit unserem Gamma, und das Ganze jetzt hier, plus, den, ähm, Rewards, den wir hier haben, also, ups, Reward, und das ist jetzt sozusagen, der neue, Action Value, den wir auch eigentlich wirklich haben wollten, also, wir haben hier den vorgegebenen Value, und, ähm, ja, mit dem können wir jetzt sozusagen arbeiten, okay, so, jetzt können wir nämlich das Lost berechnen, das heißt, wir können jetzt hier berechnen, wie viel Verlust hatten wir eigentlich, oder wie viel haben wir falsch gemacht, das macht man jetzt normalerweise, über das sogenannte, glatte L1 Loss, das heißt hier Smooth L1 Loss, ähm, was das macht, ist eigentlich relativ witzig, wenn das Absolute, also, wenn sozusagen, ich habe zwei Werte, äh, A und B, und wenn ich jetzt hier A minus B rechne, allerdings hier in, ähm, so, also tatsächlich das Absolute davon, wenn das kleiner als 1 ist, dann berechne ich das, sozusagen das MSE Loss, und ansonsten, ähm, wobei mit mal 0,5, und ansonsten berechne ich das Absolute hier, das ist irgendwie sehr, sehr witzig, aber man nimmt das eigentlich relativ häufig, für eben solche Dinge hier, okay, jetzt zu unserem, also, was müssen wir jetzt da reingeben, naja, logischerweise müssen wir jetzt, äh, ähm, unsere Action Values reinsetzen, und dann als zweites, naja, was ist wohl, das, was tatsächlich sein sollte, unser Target Action Value, so, das bedeutet jetzt nämlich für unser 1, wir können hier den Optimizer anschmeißen, Optimizer.0 Grad, das kennen wir mittlerweile, und anschließend Backward Propagate, also Loss.Backward, was mir immer noch nicht angezeigt wird, Menno. und, und jetzt können wir hier einfach unser Model updaten, das heißt, for param, oder for p, in model.parameters, Doppelpunkt, ähm, ja, folgende Situation jetzt erstmal, bevor wir den Optimizer Step machen können, warum machen wir das hier, Optimizer.step kommt hier unten, ähm, warum gehen wir jetzt hier rein und machen noch irgendwas, naja, unsere Werte in unserem Modell, die sollen hier nicht größer, und nicht kleiner als, äh, minus 1, beziehungsweise 1 sein, das heißt, wir schneiden die sozusagen ab, äh, ja, p.p, ähm, gradient, Punkt, data, Punkt, clamp, ist die Funktion, Achtung, wir machen es wieder in place, und wir beschneiden diese Werte jetzt auf, wenn es kleiner als minus 1 ist, dann ist es minus 1, und wenn es größer als 1 ist, ist es 1, und ja, jetzt haben wir hier sozusagen alles drin, was wir brauchen, jetzt haben wir auch unseren Trainingsalgorithmus erstmal fertig, war jetzt ein langes, langes Video, ich weiß aber, das war jetzt auch wirklich mal eine neue Variante, sozusagen, wie man trainiert, für Reinforcement Learning, das ist sozusagen Q-Learning, jetzt brauchen wir allerdings natürlich noch ein paar weitere Sachen, und zwar müssen wir erstmal das Training noch, ähm, initialisieren, wir müssen das Memory bestücken, mit Zeugs, und wir müssen natürlich noch anfangen, hier unser, ähm, unser Spiel sozusagen anzuzeigen, damit wir auch hier wirklich mal was zum Sehen haben, okay, das war es von meiner Seite jetzt erstmal für dieses Video, und wir hören uns beim nächsten Mal, bis dann, ciao!